Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren Medizinerforschung erreichen, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Zerfahrt! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein!